Mein Job bei der Obertebi Landtechnik AG ist Ladmaschinenmechaniker und dieser macht richtig Freude. In der Regel fängt der Arbeitstag um 7 Uhr an und nach einem Kaffee mit den Kollegen geht es ab in die Werkstatt oder zum Kunden aus Feld oder auf den Betrieb. Für euch geht es zum Preium Hightech Produkt und das finde ich spannend. In unserer modernen Werkstatt erledigen wir Wartungsarbeiten von Kundenmaschinen, machen die Neumaschinen und die Ocasio-Maschinen für die Auslieferung bereit. Wir arbeiten mit dem Laptop und mit mechanischen Instrumenten, damit die Maschine möglichst schnell wieder einsatzbereit ist. Was mir bei der Obertebi Landtechnik ganz besonders gefällt ist die Teamarbeit. Alle sind am gleichen Strick. Man hat den Geburtstag frei, was natürlich nicht selbstverständlich ist. Jeder neue Mitarbeiter wird super integriert und ich freue mich auf deine Unterstützung. Ich freue mich auf die Mamera hyped und erinnere mich an. Ich freue mich bei diesem Video zu Dominik, auch bei der hohen Schöpfer, ich freue mich bei der Bücher- und ich freue mich auf die Schöpfer- und ich freue mich beim , Schöpfer- und ich freue mich bei der Herbe im Bereich. Untertitelung des ZDF, 2020